Musik 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 Alles gut? Hi! Na, bist du noch nackt für den Party? Ja klar, ich will noch kurz meine Tasche Hey, prässt du ja schon auf dem DJ? Ja, übel! Mega! Äh, Lisa? Na gut, jetzt an der Nase Lisa, Lisa, alles gut? Ihre Symptome könnten auf mehrere Krankheitsbilder hindeuten Wir müssen sie allerdings verstärkt auf Leukämie untersuchen Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich daran erkrankt bin? Das kann ich Ihnen momentan nicht so beantworten Dafür müssen wir auf die Testergebnisse warten Diese werden in den nächsten zwei bis drei Tagen eintreffen Es gibt mittlerweile mehrere Behandlungsmöglichkeiten welche bei den meisten Patienten einschlagen und im Verlauf der Krankheit hinauszögern Der Krankheitsverlauf könnte so aussehen und im Verlauf der Krankheit Okay? Hey, wie geht's dir denn? Hey, alles gut. Ja, was ist los? Ja, was macht ihr jetzt hier? Ah, ich dachte, wir können ja irgendwie helfen oder so. Nee, scheint mir passt alles geht einfach wieder. Jetzt verpisst euch doch einfach. Ich denke, es stimmt. Guten Tag Frau Meier, haben Sie unseren Termin heute vergessen? Wir hätten heute den Termin zur Auffrischung der Tetanus-Impfung vereinbart. Ich kann gut verstehen, dass Sie in letzter Zeit andere Gedanken hatten. Ihnen muss ein Stein vom Herzen gefallen sein, als Sie die negativen Testergebnisse erhalten haben. Melden Sie sich doch mal im Laufe der nächsten Woche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017